...gelandet. Erkennst du's nicht? Die Mädels vom Schiff sagen, das ist Piratengebiet. Nur noch Stammesfäden und Blut ab hier. Ich geh voraus. Hey! Der kommt wieder. Hey, wenn der Käpt'n mit den Piraten zu tun hat, hat er Kontakte hier. Dann wird sich der Schwanzlutscher als erstes mit denen treffen. Macht sicher den Deal klar, den er am Laufen hat und verzieht sich mit der Kohle. Unserer Kohle. Dann müssen wir den Ficker finden und ihm die scheiß Kehle rausreißen. Was glotzt dir denn? Ich hab sein Boot gesehen, aber der Weg ist voller Piraten. Wir müssen kämpfen. Lasst uns endlich loslegen. Ein Raustrüppchen haben wir da und herzlich willkommen zurück in Far Cry 3. Heute im kooperativen Modus. Ja, zu zweit mit dem lieben Commander 4997, auch bekannt als Private Gamer. Vielleicht war er schon mal in der Folge dabei. Ich weiß jetzt gar nicht so genau. Und ich will hier erstmal meine Bewaffnung... Ah, was nehmen wir denn da? Schütze? Da wird der... Ja, nehmen wir das einfach mal. Und wir starten in 0 und los geht's. Tja, da wären wir. Was meint ihr, bereit zu gehen? Alles klar, wir sind bereit zum Gehen. Da ist das Boot vom Käpt'n. Das wird einfacher, als ich gedacht hab. Wie tagge ich die nochmal? Man kann die hier auch taggen im Koop-Modus. Ich weiß aber nicht mehr wie. An der Verstärkung! Langsam wird es langweilig. Hey! Meine Gäste! Oh, ja geil. Ich bleibe tot! Ich bin weg! Ich bin weg! So, mein sagt! Alles klar. Das war jetzt zwar nicht so schlau. Was wir hier gerade gemacht haben. Aber egal. Voll, voll. Ich hab ein... Wie viele gab es, glaube ich, gibt es zwei? Lade schneller nach! Alles klar. Ich glaub, die Mission hat damit begonnen. Wir waren auf einem Schiff. Das wurde ausgeraubt. Das hat man jetzt nicht gesehen, die Story. Alter! Der Käpt'n hat echt ein paar üble Freunde. Wow, Granate, Granate. Scheiße, scheiße, scheiße. Alles klar, wiederbeleben. Junge, bleib bei mir. Oh, lad nach, lad nach. Alter, wie schlecht wär das denn, Cut von mir? Woa, holy. Von wo? Oh mein Gott. Da bin ich zum ersten Mal weg. Alles klar. So, hier bin ich relativ safe. Erstmal. Wir müssen weiter. Lade neu. Alles klar. Wie er das hier mal sagt. Lade neu. Lade nach. Alles klar. Erstmal ein bisschen laden. Wo geht's hier weiter? Da. Ja, stimmt. Ja, das wär ganz praktisch. Dann wollen wir hier jetzt mal ein bisschen Munition mitnehmen. Wieder. Ja. Oh. Boah. Junge, ey. Was kommen die denn jetzt schon hier? Dreifach Kill. Nicht schlecht. Ja, da hängt irgendwie komisch. Cool. Cooler Kommentar. Okay, schauen wir hier auf und sehen uns ein wenig um. Muss nachlassen. Nicht mehr. Komm, Schuss. Hier weg. Da ist noch einer. Du bist auch weg. Da hinten. fears her. Okay. Ich bin da rien. addresses her. Heiliger Wim Bam Zu zweit ist das ja auch ein bisschen schwer Eigentlich spielt man das normal zu viel Oder kann man bis zu Vier Spieler in einem Kooperativen Modus sein Das ist dann natürlich viel leichter Oh scheiße Ich bin wirklich leer Was ich drehe dich auf links Oh scheiße Mein Freund ist dort Oh da müssen wir erstmal was machen hier Wir sind ganz langsam Warte 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 Ich komme hier Komma 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 So jetzt frage ich nochmal ihn Ja danke Ich war gerade fischen als die Piraten Moment 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 Ihr seid die Ausländer die den Briten verfolgen Er kam gerade vorbei und sprach von irgendwelchen Spinnern die an sein Geld wollen Passt auf Ihr braucht jemanden der die Insel kennt Und ich brauche Leute die keine Angst haben Teilt das Geld mit mir Und ich bin eure rechte Hand Ich bin Cito Ja fang Wir werden mein Boot brauchen Könnt ihr mit Werkzeug umgehen Alles klar Cito Wir sind dabei Ja das ist Der kooperative Modus hat ja auch Eine eigene Kann man sagen Eine Äh ich bin noch gar nicht bereit Ich werde mal Jäger oder Ja Eine eigene Kleine Dowie So kann man es sagen Aber eigentlich besteht es nur daraus Aus Schießerei Alles klar Äh wo sind denn die Spritzen Hier Hier sind Spritzen Immer mit Und jetzt setzt sie klug ein La Die Piraten sind auf dem Weg Bring mein Baby wieder zum Lauf Keine Ablegung Hm Hm Keine Ahnung Wie man das hier alles macht Ich hab schon lange nicht mehr gespielt Und ich Die Steirung ist mir jetzt auch nicht mehr so im Clan Wo müssen wir hin Ah wir müssen zum Boot Alles klar Ja Ja Wollen wir das Boot mal ein bisschen reparieren Gerade rechtzeitig Da kommen sie Oh Scheibenkleister Wo kommen sie Äh wo denn Äh Alles klar Vielleicht noch mal ein bisschen Nachhelfen Hm Gegner Beim Bogen Wo denn Wo denn Alles klar Da Bleib stehen Du Fiege Mieses Sau Du gehörst mir Flachwixer Den fährt ich mir Wow Junge Wow Junge Ja ich glaube ich habe jetzt nicht gerade die beste Waffe gewählt Geh weg Oh jetzt habe ich nur eingeschüchert Das wollte ich natürlich nicht Ich wollte natürlich treffen Oh das war nicht so gut Lad nach Lad schnell danach Ist da War hier noch einer Nein der ist down Alles klar Können wir nochmal ein bisschen das Hier das Boot reparieren Hey wo hast du denn hier ein ey Das ist blöd wenn die nicht auf der Minikarte angezeigt werden Und ich musste erst mal ein bisschen nachladen Wo sind Boote Oh scheiße Oh da bin ich schon wieder down ey Das ist gar nicht gut hier Los hilf mir Achtung Hinterm Stein Sehr nett Ja ich bin immer okay Der liegt da aber auch schön Scheiße unser Boot wird Geh weg Warte ich lade Machen wir das Boot wieder ganz Steck mich Wo ist denn hier noch einer Oh den habe ich So haben wir jetzt mal Waffen gewechselt Ja solltest du doch Ich habe gedacht wir kommen jetzt mit Na danke sehr So haben wir hier ein bisschen nachladen Alles klar wir sind bereit Weiter geht's Mit der Haupt Mit der Hauptstory von Farquake Bei 3 geht es natürlich auch weiter Aber ich habe gedacht Weil hier Der nette Typ hier gerade Zeit für mich hat Probieren wir hier erstmal Den Corp Modus aus Ja gut ziehen würde ich auch mal meinen hier Scheiße jetzt hätte ich die Snapper glaube ich Verbrochen können Psst leise 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 Das war sehr gut überdacht Das war sehr gut überdacht Oh scheiße Snapper 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 Die müssen ich erstmal wegholen Ich muss mich gerade selber ein bisschen heilen hier Du wirst schon wieder So alles klar Steht mir hier bloß nicht weg ey Ich brauche dich Alter was ist die Schüländer Stehst aber gut Scheiße Sniper Oh da wollte ich gerade drauf schießen Aber danke Wow Snapper Den habe ich Snapper ist down Nächster Snapper ist auch fast down Nächster Snapper down Da kommt einer Ich mache ja auch gleich einen kleinen Cut Um kurz in die Steuerung rein zu gucken Nicht sehr stark hier Das Ding Komm her Alles klar Weg ist er Und jetzt schnell rüber schwimmen Oh scheiße Deckt mich Oh scheibenklasse Er schwimmt auch schon Alles klar Von hinten Oh auch schnell Nachbar an Kommen Ducken Alles klar Oh scheiße Wo ist er denn Meiner Oh scheibenklasse Er liegt da Wow ich kann ihm auch nicht mehr helfen Oh scheiße Granate 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 Holy shit Und noch eine Boah ich muss ja raus Ich muss ja raus Ich muss ja raus Auf schnell Weg mit der Boah alter es regnet ein Kopfschuss nach dem nächsten Weg mit der Na Wollte ich auch was sagen So perfekt Geschafft Oh hallöchen Da bist du ja wieder Geil Ich guck mal kurz in die Steuerung Jetzt mach ich doch mal so nebenbei Steuerung Tastatur Maus Ja das ist richtig Steuerung anpassen Genau La 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 Intrigieren Steinwerfen Granate Okay alles klar Kamera Ist das hier auch so Habe ich aber gerade schon versucht Hm Multiplier Layout Genau Chat Ah V Okay Alles klar Jetzt kann es schon weiter gehen Oh da muss ich eben leasen Tut mir leid Gehen wir mal kurz weg Doch nicht mehr Hat es schon erledigt Alles klar So weiter geht's Suche erstmal nach Munition Aber hier ist natürlich nichts So wie es aussieht So Damit ihr das auch weiß Weil es ist einfach viel Einfacher Und So sollte man auch Auf jeden Fall auch machen Taggen Oh sehr schön Darunter hergeschlädert Alles klar Was geht denn hier ab So Äh Ein schwebende Box Der Weg ist versperrt Sucht einen Sprengsatz Und benutzt ihn Einer nach dem anderen War ich nicht gerade noch der andere Aber ich die Bombe Versucht sie zu stehlen Ihr werdet keinen Erfolg haben Drei Zwei Eins Go Los geht's Gas 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 Wir machen hier einen kleinen Wettkampf Das ist auch nice Finde ich auch schön gemacht Wow Alter Vor allem weil ich so gut Quad fahren kann So schnell dahin Müssen wir jetzt hier irgendwo ablegen Oder so Alles klar Ab Das war ich Und schnell wieder die nächste holen Wir wollen ja hier keine Zeit verlieren Da ist noch die nächste Alles klar Wow Wow Geiler Sprung Los geht's Voll Gas Los 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 Oh nein Er liegt im Vorsprung Wow Ich muss Gas geben Keine Wenn ich hier die Grünen mitnehme Dann bekomme ich auch Punkte für Das ist natürlich praktisch Die ich hier mal kurz ein bisschen mit Man sollte hier auch Trotzdem eine Bombe abholen Mal Scheiße Hoppa Es ist meine Alles klar Die gehört jetzt mir Werde ich auch nicht wieder hergeben Fahr mal hier so einen kleinen Umweg Wenn ich ein paar extra Punkte einheimischen kann Dann liefern wir die Bombe sofort ab hier So Abgeliefert Level gestiegen Ja ich hab hier den kooperativen Modus schon gespielt Deswegen bin ich schon Level 19 Achso So geht ja nicht mehr weiter Dachte schon Drei Zwei Eins Sehr spektakulär Naja Das sah jetzt nicht sehr Echt aus Äh Ah mein Neu wählen Alles klar Bleiben wir dabei? Ja komm Ich bleib mal dabei Oder? Ja komm Ist ok Was hat der denn da für ne witzige Die ist ja cool Seht euch die Reifenspuren an Wir sind nicht weit zurück Wo geht's denn jetzt hier weiter? Da ok Geht's Munition erstmal Nehmen wir natürlich alles mit Oh weiter Warte mal Ist die voll? Ja die ist voll Alles klar Leise vorgehen Leise und langsam Das kann losgehen Der kommt mit nem Messer Wow Da kommt zu mir mit nem Messer Wo denn? Ich seh ihn gar nicht Oh scheiße Der kommt schon wieder zu mir Was wollen die denn alle bei mir? Wo ist denn hier noch einer? Da hinten So Wir haben den hier Komm Los Nicht weglaufen Oh scheiße Scheiße Er ist down Ja ja ich komme schon 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 Bleib noch ein bisschen rumliegen Wir müssen alle kämpfen Ich bin natürlich hier vorgetrunken Als Sniper ist natürlich nicht so schlau Der Typ hat ein Messer Hatte ein Messer Mich nicht Wo denn? Ich seh gar keinen Da war grad einer Mann das war meiner Auch meiner Junge Killstealer So erstmal wieder Snapper Neeeem Boah Boah Scheiße Das war natürlich sehr knapp Da gerade Nachladen schnell hier Boah ich komme hier Schon wieder nicht zum Reden Ey was hier Einfach Dass was die Sache geht Die ganze Zeit Das ist mega krass Sehr gut Sehr gut Was hast du denn Für mich? Wow Chill mal down hier Ich glaube ich sollte die holen Als Sniper Wollen wir mal mitnehmen Dekunk Bitte geben wir mal Dekunk Es bleibt keine Zeit Schnell Zerstört die Brücke Boah ich kann auch jetzt nicht rennen Ey das ist auch mies Los Junge Holen die Holen die Holen die Sehr gut Sehr gut Schnell Die weiter Oh scheiße 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 Ja haut durch Alles klar Oh da wartet Da links ist einer Links ist einer Der hört mich noch Leider nicht Ich lege ihn natürlich hier erstmal An die weit entfernte Stelle Damit ich gleich nicht mehr so weit laufen muss Oh mein Gott Er ist down Alter ich habe ich gerade Ich komme ich gerade gar nicht mehr raus Ey Ja das ist ja schön Ich kann ja auch gerade wenig machen Warte ich komme Ich komme ich komme Boah Ich bin auch gleich down Hilf mir Boah Alter Die Merken dem Ist ja auch ganz geil Die war weg ey Hüftschütze natürlich Scheiße Schnell So Schnell heilen Hier ein bisschen Was mache ich denn da Tagesherausfall Und Geschafft Wo ist denn da einer Ey den wollte ich gerade holen So jetzt schnell Dann diesen Oh nein Och nein ey Komm Junge Ich bin nicht gerade Scheiße 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 Schnell rennen Schnell rennen Schnell rennen Ey Boah Junge Was legst du dich denn auch da wieder hin ey Aufstehen Ich lade nach Ja komm Wir müssen die nächste Bombe holen Auf jeden Fall Keine Zeit zu verlieren Oh eins von zwei Wissen wir gar nicht so viel Ach komm hier Wenn da gerade schon so einer rumläuft Will ich den auch holen Meiner Lade nach Ich hoffe doch Dass wir von hier nicht auch noch welche kommen Das ist natürlich sehr unpraktisch Ein bisschen hier Wo waren Munition Ey wo waren hier die Munition Na da Klar Ja hol hier hin Welche Hier hinten sind welche Kann man das taggen Ne schade Ähm Hä Wo ist die Ach da liegt die auf einmal Alles klar Und wie es weiter geht Das erfahrt ihr In der nächsten Folge Ob wir es schaffen Die Brücke zu sprengen Man weiß es nicht Man weiß es nicht Schreibt in die Kommentare Ob euch der Kooperative Modus auch gefällt Mir gefällt das sehr gut Kann man mal so nebenbei sagen Und wir sehen uns dann In der nächsten Folge wieder Bis dahin Ciao Ciao